Willkommen zurück, mein Lieben, bei den XCOM Files. Ich nenne diese Episode die große Säuberung und zwar seht ihr auch warum. Wir haben einfach mal den Cheat-Mode eingeschaltet, damit wir sehen, was hinter dem Verborgenen abgeht. Alle diese Punkte, diese Farben, die ihr seht, diese Kult-Landsätze, vielleicht können Sie sich einige erinnern, vor ein paar Folgen, ich denke mal 20, 30, haben wir mal hier oben irgendwo so eine Mission gemacht, wo wir 4, 5 Trice gebraucht haben. Das war so einer von diesen Kult-Landsätzen. Und es gibt in dieser Version Bug, dass viel zu viele davon spawnen. Und die Dinge sind auch dafür verantwortlich, dass diese UFOs spawnen. Im Endeffekt sind es auch keine UFOs, ich kann jetzt da mal hingehen, weil wir werden die nachher wegsäubern. Im Endeffekt sind es auch keine UFOs, aber ihr seht jetzt, wenn ich da reingehe, dann kommen die. Und das sind eigentlich normale Flugzeuge. Da hat jetzt ein Weilchen bis, er macht praktisch keinen Schaden an dem Ding. Ähm, ich hab alle von diesen Flugzeugen neu balanciert, weil die waren alle unglaublich okay. Also selbst mit den besseren und noch besseren Flugzeugen, beziehungsweise Abfangärgern, hätten wir immer noch keine Chance gehabt gegen die original... Dammit, das ist ein bisschen lauer, tut mir leid. Ich brauche ein bisschen länger, um den Little Bird wegzumachen. Okay, jetzt ist er weg. Fantastisch, wir haben Ruhe. Okay. Auf jeden Fall, äh, sie haben selbst für die stärkeren Abfangjäger, die hätten sie alle komplett malträtiert. Das heißt, der Mann hat sehr, sehr lange keine Chance gegen die. Ich weiß nicht genau, was der Sinn und Zweck dahinter ist. Ähm, aber ich hab das Ganze jetzt neu balanciert. Das hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt müsste das einigermaßen, ähm, so sein, dass man immer eine Chance hat. Aber, wie ihr gesehen habt, wir wurden trotzdem abgeschossen. Also der Little Bird ist ein bisschen zu schwach. Ich hab aber dafür die MIG. Die habe ich, ähm, früher jetzt, die können wir jetzt bereits erforschen, indem wir hier die vorgeschrittenen Flugübungen erforschen. Hier, und dann können wir das Flugzeug dann im Endeffekt kaufen. Äh, das ist so ein bisschen der aktuelle Stand, aber natürlich müssen wir erst, äh, das Zeug hier clean. Und natürlich werde ich nicht, wie ein Wahnsinn, jede Mission machen, sondern ich werde einfach das Save-File editieren und die Dinger löschen. Das ist eigentlich relativ einfach. Und ich hab das so geändert in Zukunft. Also wir sehen jetzt, ähm, ab dem 10. Monat sollten die spawnen. Also, bei Oktober 1997. Und dann sind es ungefähr, keine Ahnung, 15 Stück oder 16 Stück oder so auf der Map. Eine haben wir bereits weggemacht. Ähm, das heißt, ungefähr 16 Stück im Jahr gespawnt. Vielleicht ein bisschen weniger. Und ich hab's jetzt so gemacht, dass es ungefähr 3 bis 4 sein sollten, ab jetzt im Jahr, die spawnen. Und, äh, ich hoffe, dass das ein bisschen angenehmer wird. Also es wird immer, es wird immer noch relativ viel sein. Alle drei Monate eine von diesen Basen wegzuräumen, wird ziemlich anspruchsvoll sein, hab ich das Gefühl. Zumindest, solange wir noch, ähm, nur die Lebelle haben und nicht ein, äh, besseres Landungsschiff. Ähm, ja. Das mal dazu. Dann, irgendwas hab ich noch gemacht. Aber mir fällt's grad nicht ein. Ach ja, genau. Das Dumme ist auch, die Dinger sind, ähm, wie wir gemerkt haben, bisher immer unsichtbar. Also sie sind unsichtbar und sie werden auch durch den Radar der Base nicht aufgedeckt. Das ist, man muss wirklich irgendein, äh, Flugzeug hier drüben kreisen lassen, damit man die Dinger aufdecken kann. Das ist so nirgendwo erwähnt. Ein bisschen unintuitiv. Und, ja, in der Zwischenzeit wird man halt von diesen Abfangjägern oder was auch immer, wie man die nennen möchte, dann quasi malträtiert. Äh, zudem kommt auch noch dazu, dass die Dinger unsere Punkte wegfressen. Wenn man sie, äh, wenn man sie, ich glaub mit jedem, jeder Stunde oder so liefer geht, ist es irgendwie, oder jeder Tag 10 Punkte oder sowas. Pro, pro Basis. Also wenn wir 16 haben, dann sind das pro Tag 160 Punkte. Das sind pro Monat 5, 600 Punkte, die einfach so weg sind. Ähm, ja. Ja, das ist auch so n bisschen Problem. Deswegen, würde ich sagen, äh, machen wir die weg. Und, durch die Magie des Videoschnitts, sind wir sofort wieder da. So, da sind wir wieder zurück. Und, ja, die Bases sollten alle weg sein. Und wir haben eine Weile Ruhe. Dann haben wir noch, äh, diese, so eine Kult Forward Base vom, äh, vom, Morgenrot. Ähm, wir werden kurz hingehen, aber wir werden sofort wieder abhauen. Weil es ist, die Missionen sind momentan noch zu hart für uns. Mit dem, äh, mit der Libelle, die wir haben. Die ist, die ist nicht gut genug für, für diese Art von Mission. So, ähm, ist quasi jetzt ein bisschen ein Reset. Ich denke, es wird jetzt eher eine ruhigere Episode mit weniger Missionen, weil die ganzen Basen, die, äh, da waren, die haben auch die ganze Zeit Missionen generiert. Äh, das ist, so gleich vor und auch Nachteil. Aber, gut. So, wir haben vier neue Leute in, in Indonesien. Da werden wir, wir, so, die beiden Rekruten mitnehmen, bloß, du triffst sogar ein bisschen was. So, passt. Dann, Rüstung anziehen, das Übliche. Und die anderen müssten eigentlich alle, lass mich kurz kontrollieren, alle acht Leute dabei haben, ob wir irgendwie einen Mist haben. Nein, sieht gut aus. Okay. Äh, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben die letzte, äh, den letzten Monat unter minus 500 abgeschlossen. Das heißt, wir müssen über minus 500 sein, sonst ist es game over. und ja, dann müsste ich, ähm, im schlimmsten Fall den Monat noch mal nachspielen. Okay, es ist wieder ein ätzendes UFO, was uns Punkte kostet. Oh, da war es kurz am Boden. Forschung abgeschlossen für außerirdische Biologie. Vorläufige Forschung zeigt, dass die außerirdischen DNS ähnlich der unseren besitzen, jedoch so fremd, dass wir den Ursprung auf einem anderen Planeten vermuten müssen oder in unvorstellbarer ferner Vergangenheit. Ferner scheinen DNS-Fragmente wahrscheinlich irdischen Ursprungs künstlich hinzugefügt worden zu sein. Dadurch können sich die Aliens wohl an unsere Umwelt anpassen, aber nur teilweise oder für kurze Zeit. Von speziell Nahrung abhängig und mit schwachem Immunsystem können sie nicht lange auf der Erde überleben. Darum müssen wir Vorkehrungen treffen, wenn wir ein lebendiges Exemplar untersuchen wollen. damit können wir jetzt die außerirdische Klimazelle erforschen. Das werden wir auch direkt machen, weil das ist das, was uns fehlt für den Skyraider. Also, ne, nicht die Klimazelle, sondern ein lebendiges Alien. So, endlich mal wieder eine fremde Lebensform-Mission. Etwas, womit wir klarkommen, schon wieder sind, verdammtes UFO. Ach, du meine Güte. Das kostet uns alles Punkte. Okay, auf geht's. Ich rüste die Leute aus, bis gleich. So, wir haben eine sehr gute Truppe dabei. Zwei vorne mit Pistolen, dann zwei Schottis, falls wir Zombies begegnen, habe ich einem noch diesen Jackhammer gegeben. Wobei, der ist wahrscheinlich nicht so toll. Plus drei Sniper ist eigentlich fast ein bisschen zu viel. Machen wir das lieber so. Zwei Sniper hinten und das passt. Gucken wir, womit wir es zu tun haben. Wir wissen es nicht. Aha, okay, es ist ein Käfer. Da sollte ja einigermaßen okay sein. Wow. Okay, das war uns miserabel. Schon besser. Immerhin einer, der was trifft. Was brauchst du? 15. Okay, es reicht nicht für noch einen Schuss. Wo sind die anderen Käfer? Okay, und da ist einer hinten. Ha, wir haben rote. In der Regel sind die nur da, wenn es auch eine größere Mission ist. Wenn es ein bisschen mehr Gegner sind. So, wir bringen dich mal hier hin. Oh wow, das waren Treffer, kein Damage. Okay, die anderen beiden sind relativ weit weg. Ich denke, das überlassen wir unseren Snipern. Du guckst in die Richtung, falls einer rauskommt. So, dann, ah, für den Aim reicht es nicht mehr. Aber für einen Snap. So, dann, okay, das war ein Hit. Kein Hit. Okay, gut, dann, kannst du mal da hinschauen und dich bringe ich auch hier hin. Okay, die sind beide noch relativ weit weg, denke ich. Ich meine, der rote Bomberkäfer hatte nicht so eine große Range. Oh, Zivilist. Das sind vielleicht doch nicht so viele. Das ging jetzt relativ schnell. Die sind alle so weit weg. Oder die Map ist halt riesig. Du guckst weiter da hinten hin. Done. Wow. Ich bin beeindruckt, dass du den getroffen hast. Aber ja, es ist eine gute Truppe. Kannst nicht anders sagen. Fantastisch. Wieder eine Linie. Du kommst hier rüber. Du da. und wir sehen noch einen. Der aber noch ein bisschen weit weg ist. So, wir gehen mal Richtung Zivilist hier. Damit da keiner mehr kommen kann. Ja, sind nicht mehr so viele. Okay, das ist sehr optimistisch. Sollten wir vielleicht nicht machen, macht keinen Sinn. Okay, einer ist da noch. Sehr sneaky an der Wand da. Die Sau. Dann machen wir ein Aimed auf dich. Ich liebe es, wenn die Leute treffen. So. ich denke, das bringt nichts. Bringt euch mal hier nach vorne hin. Vielleicht könnt ihr noch einen Kill machen. Oder zumindest was treffen, damit ihr Punkte bekommt. Das könnte schon der letzte sein. Ich denke, das ist der letzte. das war ein Treffer und ein Kill. Das war nicht der letzte. Okay. Fein. Bist du der letzte? Wir werden sehen. Ich werde versuchen, den Kill dem zu überlassen. Ja, ich denke, das ist der letzte. Wo bist du? Okay, da bist du. Ja, es ist noch ein bisschen optimistisch. Vielleicht jetzt. 40% ist besser. Okay, gut. und das war's. zehn Gegner. Ist nice. Einige haben ganz gut Stats bekommen. Ich denke, wir transferieren die alle ins Hauptquartier, weil die da zum Plasma verarbeitet werden können. So, dann haben wir die Beschaffung des UAC-Gewehrs. Ich denke, das sollten wir kaufen, plus dann direkt die fortgeschrittenen Flugübungen erforschen. Genau. Kaufen wir erstmal hier. Wo ist das UAC-Gewehr? Wo ist das UAC-Gewehr? Ich bin irgendwo, ich bin vorbeigeflutscht wahrscheinlich. Dang it. Findet ihr aber auch gar nichts. Es müsste eine Filterfunktion geben. Es gibt eine Filterfunktion, aber nicht meine Suchfunktion. Tut mir leid. Tut mir leid. Ah. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Hatten wir nicht die UAC-Pistole auch irgendwo? Die habe ich auch nicht gesehen. Irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Ich gucke mal kurz. Ich muss das jetzt finden. So. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, warum ich das nicht gesehen habe, aber wir haben es gefunden. Die Pistole war auch da oben. So. Da sind die Käfer angekommen. Die blöden Ufos hier. Wahnsinnig. Okay. Dann die UAC-Gewehre sind bei den normalen Black Ops-Gewehren. Hier. Wir nehmen mal zwei mit. Das sollte ausreichen. Wie sieht es punktetechnisch aus? Das sind Mittelgroße. Das sind irgendwie... Ich weiß nicht, was das für Ufos sind, aber die landen irgendwie nie. Okay. sind beide verschwunden. Oder vielleicht sehen wir sie auch nicht mehr. Das ist auch eine Möglichkeit. Außerirdische Legierungen. Außerirdische Raumschiffe werden aus Legierungen mit einzigartigen Eigenschaften hergestellt, die sie in die bislang nur theoretische Tritanium-Klasse der Werkstoffe einordnen. Sie sind besonders leicht und beständig und können elektromagnetisch geformt werden. Nach Wunsch Formgedächtnis und Überelastik aufweisen sind aber gleichzeitig zäher als alle anderen der wissenschaft bekannten Materialien. Paktisch ein selbstheilendes Supermetall. Dieses Material kann reproduziert und in vielfältigen Herstellungsprozessen verwendet werden. Und ich glaube, das bringt uns irgendwas mit Tritanium war da. Wo ist das Tritanium Zeug? Wir haben viel, viel Zeug. Hier Tritanium Klingen. Okay, das ist für Schwerter und so weiter. Ich glaube, das ist nicht sonderlich interessant. Mich interessiert eigentlich mehr Gibt es nicht auch die Tritanium Kugel? Oder brauchen wir hier die Außerirdische Legierungstechnik? Tritanium Handschellen. Fantastisch. Tritanium Munition. Hier. Okay, wir brauchen die Legierungstechnik. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Damage. Von dem her. Lasst uns das direkt erforschen. Dann haben wir es. Und ein Kult Außenposten. Es sah noch morgen rot aus. Okay, ist jetzt die Frage, wen schicken wir da hin? Ich denke, wir schicken die Jungs aus dem Hauptquartier hin. Ich glaube nicht, dass die irgendwas zustande kriegen. Und wir brauchen dringend Punkte. Noch einen Außenposten. Was war das für ein schwarzer Lotus? Okay, machen wir den zuerst. Ah, das wird wieder ein Assassinen Scheiß werden. aber egal. Machen wir den Außenposten. Gut, ich rüste Leute aus, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben ein bisschen eine interessante Truppe dabei, drei Rookies. Einer, er hier hat ein Sturmgewehr und die anderen beiden Pistolen. Dann haben wir eine Shotgun, Sniper Rifle, LMG, Sniper Rifle und zu hinten noch einen mit einem leichten Geschütz und Brandmunition. Ich möchte was testen und zwar vielleicht können wir es würde ja Sinn machen, dass wenn die Assassinen brennen, das heißt, wenn wir irgendwie den Boden in Brand setzen, sie da durchrennen, dass sie dann brennen und man sie sieht. Das zumindest der Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es nicht, aber man kann es mal probieren, nicht wahr? Auf geht's. Oh, vier Gegner direkt. Okay. Der ist keine Gefahr. Er kehrt uns den Rücken zu. Ich denke, wir gehen raus. Gut Job. Wer war das? Du. Blöde Bitch. Ich schicke dich mal hier hin. Da sind wir keine. Dann. Oh. Okay, der hat eine Schlott kann. Der ist relativ ungefährlich. Schieß mal auf den da. Holy shit. Die hatte immer noch Zeiteinheiten. Die hatte immer noch Zeiteinheiten. Okay, dann du. 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 Ich will nicht zu weit nach vorne gehen, sonst kommt er und maltretiert mich mit seinen scheiß Messern. Wir haben noch unseren Brandkollegen. Was brauchst du? 38 für Aimed. 38 für Aimed. Das reicht. Geht sich nicht aus, aber wir können es nicht machen. Okay. Die Bitch brennt. Was? Ob es das wert ist, ist eine andere Frage, aber sie brennt. Okay, der wäre weg. dann. Eins, zwei. Oh, mein Auto schaut auf dich. Wow. Das war nichts. Okay, dann. Du mit deiner Pistole könntest auch noch was machen. ich denk kümmerst dich um den da. Sehr gut. Lief besser als erwartet. Jetzt kannst du ein bisschen nach vorne, nachdem der da tot ist. Und dann geben wir den Zug weiter. Oh, stimmt, wir hatten noch unsere Smoke da. Das ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ja, der schießt jetzt natürlich. War leider zu erwarten. Oh, da ist einer mit. Oh, Leute, machen wir nicht fertig. Wir haben zwei Verwundete, glaube ich. Ja. Du hast eine Wunde und du hast auch eine Wunde. Vielleicht könnt ihr euch gegenseitig fantastisch. Der andere hat kein Medkit. Das wäre mal das. Okay, weißt du was? nimm das auf und hilf dem Kollegen mal. Dankeschön. Okay. Jetzt muss irgendeiner hier scouten. Ah, okay, der muss weg. Die sind nicht so ein Problem, aber der hier muss weg. Ah, du siehst den nicht. Okay, aber du siehst den an. Das ist im Prinzip spielst keine Rolle. Beide dieselbe Bewaffnung. Meine Güte, wie fläht der denn aus? Okay, ähm. Das war ziemlich schlecht. Ungelogen, das war ziemlich schlecht. War mit den letzten Schuss für Reaction Fire auf. Okay, Dankeschön. Zwei für einen. So loben wir uns. Sass, der hat eine Shotgun, der ist momentan keine wirkliche Gefahr. hm. Ja, ich habe mir schon was gedacht, dass das nicht klappt, aber man muss es probieren, teilweise. Hier hinten war noch irgendeiner mit einer Magnum Magnum plus die olle Hexe, die wir jetzt gerade nicht sehen. Wir haben noch eine Runde bevor Granaten kommen. Ich denke, wir ziehen uns ein bisschen, wir machen den weg und dann ziehen wir uns ein bisschen ins Hinterland zurück. Hört sich noch einen Plan an. Wir sehen haben sie nichts getroffen, das ist schon mal super. Okay. Done. Was haben wir? Seien alle nicht ist es super gefährlich. Oh man, eben hier. Ich habe keine Ahnung, warum du nie warst, Trist. Nun gut. Ähm. Ja. Er kann weg. Du siehst nichts. Okay, der hat abgekriegt. Das ist wir gehen auf den da. So, ein bisschen hinter die Smoke zurückziehen. Und warum kommt jetzt Reaction Reaction Ah, drei Wunden. Achja, stimmt, du hast schon geschossen. dann dann hat einer von euch ein Medkit. Ich Ich denke, ich denke, wir nehmen das hier auf. Das müsste noch zwei Auflautungen haben. Da, aus die Maus. der ist noch ein bisschen weit weg. Machen wir Snapshots. Luca, du bist ein Aimer aus der Hölle. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss. Okay, wir könnten unseren Mann verarzen. Ich glaube, das wäre fast sinnvoller, als jetzt hier den Typen zu töten. Vielleicht geht sich auch beides aus. Wie viel brauchst du? 27 für ein Auto. Gut. Okay. Oh. Das ist die Olle mit der Magenung, aber die ist noch relativ weit weg für den Moment. Dass ich mir da jetzt nicht so Sorgen drum mache. Es brennt relativ viel. Wir gucken mal, wenn, also von hier eine Assassine kommt, und dann wissen wir, dass es nicht funktioniert hat. Aber ansonsten sagen wir mal, was sie tun. Wir stehen noch ein bisschen nah zusammen. Ich hoffe, es... Ah, okay. Luca hat es erwischt. Er hat sich geopfert. dammit. Oh, das war unser bester Mann. Und das war unser zweit bester Mann. Oh. Wo bist du? Da bist du. noch vier Leute und alle unsere Snipers sind platt. Das ist noch relativ weit entfernt. Wir schauen mal. Ähm, ich vermute, wenn wir die Mission verlieren sollten, was, wonach es aktuell aussieht. Dann werde ich wahrscheinlich laden müssen, weil wir von den Punkten her nicht mehr... Okay, es war ein Hit, aber... leider nicht gut genug. Es war ein bisschen doof, dass er direkt zwei Kills gemacht hat. Aber naja, wir gucken mal, wir... Okay, das ist der andere, glaube ich. Ja. Das ist der andere. Also wir wissen jetzt natürlich nicht, das Problem ist, wir wissen nicht, wo der durchgerannt ist. So, das Ding kann es erst mal darüber legen. Savo, das klappt so nicht. Okay, weißt du was? Gehen wir mal aus dem Rauch raus. Damit wir ein bisschen was sehen. Ich meine, die beiden Assasinen sind zumindest schon mal weg. Und das sind die gefährlichsten. Ah, dammit. Okay, du hast... Okay, gut. Schnapp dir das andere Sniper Gewehr. In der nächsten. Siti Okaya. Keine Ahnung, was ich mit dir mache. Dann die blöde Kuh. Oh. Okay, der hat sich da reingewagt. Das war der falsche. Du blöder Tollpatsch. Ah, egal. Egal. Ist nur ein Rookie. wobei aktuell brauchen wir jeden Mann, den wir kriegen können. Okay, schauen wir, was passiert. ganz schön nah. Von hinten kommt auch noch mal einer. Und tschüss. Eines am ausbrennen. Leider nicht. Drop mal das Gewehr. Jetzt nehmen wir die Munition auf. Wahrscheinlich ist auch irgendeiner oder so da noch in der Nähe im Rauch drin. Sehr gut. Also. Ich denke... Wir sind da einen. Nächste Runde. Das wäre eine knappe Kiste. Noch haben wir nicht verloren. Wow, wie viele hier sind. Okay, gut. Dann nach hinten. Der ist eigentlich so eine Gefahr. Fast lieber, wenn du den da anschießt. Oder das zumindest versuchst. Ich glaube, kann es sein, dass der schwarze Lotus gar keine Granaten hat. Weil in der Regel kommen relativ viele Granaten. Okay. Du siehst den ebenfalls. Tja. Nein, mehr weniger. Nach lange geht sie nicht mehr aus. So. Jetzt. Ich denke, wir machen zwei Snaps. Fast. Oh. Okay, die sind aber alle noch ein bisschen weit weg. Der nervt ein bisschen. Das dünnt sich langsam aus. Ah. Nein, der weniger. Sollen sie ausbluten. Sollen sie alle ausbluten. Okay, da war Ninja. Du siehst den hier. Okay, ich meine 50 Punkte. Das ist besser als gar nichts. Auch wenn mir was anderes ein wenn mir ein besseres Resultat lieber gewesen wäre. MGPKM. Das ist was Neues, glaube ich. So, plus die Munitionskisten können weg. So, das kaufen. Ja, und leider haben wir sechs Leute verloren. Aber ist okay. Solange wir die Mission erfolgreich machen, passt das. Beziehungsweise geht sich genau aus. So, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Break. Beim nächsten Mal gucken wir uns die Mission an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und was geht. wir sehen uns und auch